Das ist gigantisch, dann können wir jetzt... Ja, das ist jetzt immer, dass ich mich freue, das ist gigantisch, ich proste dir zu, Single VÖ. Denn wir sind gigantisch, so sieht es nicht aus. Ich sing immer das andere, wir sind unbesiegbar für uns gemacht, heller als die Lichter unserer Stadt. Also wenn ihr schon eine Lieblingszeile habt, zu meiner neuen Single, es ist gerade Release-Wochenende und man muss dazu sagen, wir sind ein bisschen früh dran diese Woche. Also die Folge kommt erst in einer Woche raus, das liegt aber daran, dass du, Jana, die nächste Woche picke-packe voll bist. Wir sehen uns am Donnerstag auch in Berlin und es passiert einfach gerade so, so viel. Da erzählen wir ein bisschen drüber, da sprechen wir ein bisschen drüber in dieser Folge und wir wollen nochmal ein bisschen über, ja, die Nachwehen, möchte ich mir fast schon sagen. Ja, tatsächlich. In der letzten Folge sprechen mit der leeren Frau und auch wie ihr von unserem Teaser, den wir auf den Socials geteilt haben, der hat wieder sehr emotionalisiert und auch wirklich krasse Kommentare von euch und darüber und ein bisschen über unser Leben sprechen wir heute in der neuen Folge. Wir sind so! Und wie sind wir? Wir sind unbesiegbar für uns gemacht, heller als die Lichter unserer Stadt. Wir sind so! Der neue Podcast von Jana Krämer und mir, Bartomee. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen, hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und das bedeutet auch mal, nicht einer Meinung zu sein. Besonders nach der letzten Podcast-Folge mit der leeren Frau herrscht bei uns reichlich Diskussionsbedarf. Darf, muss, sollte man ein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich jemandem, zum Beispiel einer Lehrkraft, anvertraut? Sind Mobber nun selbst Opfer oder nicht? Ob wir uns einigen können oder uns einig sind, uneinig zu sein? Und warum beste Freunde manchmal Safe-Words brauchen? Hört ihr in dieser Folge Wir sind so! Einmal nachsetzen, bitte! Ganz kurz nochmal zur letzten Folge. Ich habe was gelernt und ich hoffe, Lana sieht jetzt nicht zu. Denn es ist so, dass ich erst jetzt gecheckt habe, dass leeren Frau eine Anspielung auf Ehrenmann und Ehrenfrau ist. Habe ich vorher nicht gecheckt. Hat sie doch in der Folge sogar noch gesagt. Ja, ich habe es in dem Moment gecheckt. Ja, ja. In der Folge, als sie es gesagt hat. Das merkt man übrigens auch in der Folge. Könnt ihr nochmal reinschauen. Lustig auf jeden Fall. Dass ich das erst dann gerafft habe. Ja, ja. Dein Gesicht ist eine Leinwand. Es ist eine Kinoleinwand, dein Gesicht. Ganz genau. Es ist so. Das hat dein Papa zu mir gesagt. Mein Vater. Dein Papa hat nach unserem ersten Auftritt in Paderborn im Deelenhaus, ist dein Papa zu mir gekommen und hat gesagt, das ist Wahnsinn. Dein Gesicht ist eine Leinwand. Man sieht jede Emotion. Und er sagt, das ist ein ganz großes Geschenk. Da habe ich mich gefreut. Weil früher in der Schule war das nicht so. Ich habe halt durch das ganze Mobbing und den Stress eine Maske getragen. Ich wollte überhaupt nicht, dass jemand sieht, wie sehr mich das alles trifft. Und inzwischen finde ich das voll schön, dass man mir ansieht, wenn ich halt auch... Manchmal werde ich einfach rot und manchmal... Also man sieht einfach alles in meinem Gesicht. Aber dazu muss es natürlich auch erstmal kommen, dass man, so krass es klingt, sich traut, man selbst zu sein. Ja. Und eben auch diese, ich sag mal, Lesbarkeit und die offenen Gefühle einfach so zulassen zu können. Weil das ist ja nicht immer einfach. Also ich meine, wir haben es auch gelesen unter unserem Reel. Es ist wirklich krass. Und es ging, um da nochmal kurz rein zu hüpfen, es ging darum, dass Mobbing auch nicht immer unbedingt von Gleichaltrigen oder Kolleginnen und Kollegen kommen muss. Sondern in der Schule halt sehr häufig auch durch flapsige Kommentare der Lehrkräfte. Oder eben auch wirklich durch, ich will das gar nicht runterspielen, wirklich gezieltes Mobbing und klein machen vor der Klasse. Ob es dann irgendwie mit so einem Kommentar, so einem flapsigen beim Noten zurückgeben oder man kommt irgendwie zu spät oder man sieht nicht fit aus oder was weiß ich was. Oder einfach generell. Und da übernimmt man ja gerne. Es ist ein bisschen, es ist eigentlich irgendwie wirklich so ein gesellschaftliches Phänomen. Schule ist ja auch ein kleiner Mikrokosmos. Und weil ich mich gerade dabei auch, wenn ich mir gerade so selber zuhöre beim Reden, dass man, das ist ja auch eigentlich ein Spiegelbild von Social Media, wo man auch irgendwie dieser typischen, entweder einen Hype, wo man sagt, wo einer was kreiert und irgendwie andere Leute das anzündeln. Und dann finden das auf einmal alle geil, weil es jeder geil findet und man dazugehören möchte. Genau so geht es halt leider aber auch in die andere Richtung, wo man sagt so, ja, heute bist du das Opfer. So hart es klingt. Und wenn sich da so ein paar zusammenschließen und das irgendwie durchboxen, dann rennen die anderen mit auch. Eben und gerade, weil sie dann vielleicht auch glücklich sind selber, nicht an der Reihe zu sein. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, tatsächlich habe ich auch viele Reaktionen auf die Stelle aus der Podcast-Folge bekommen, wo die leeren Frau gesagt hat, dass, also wir beiden hatten ja die Hoffnung, dass jeder, der mobbt, eigentlich ja selber traurig, verletzt, Hilfe braucht. Und da hat sie uns also ein bisschen in den Kopf gewaschen, dass das nicht der Fall ist. So ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Bubble platzen lassen. Ja. Von dieser, ja. Und da haben, ja, ich habe das so gehofft und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe weiter darüber nachgedacht und ich will meinen Gedanken und meinen Blick auf das noch nicht loslassen. Und ich habe auch viel Zustimmung. Und was sind die Gründe dafür? Weil ich nicht glaube, dass jemand mit solchen Bedürfnissen anderen Menschen zu Schaden geboren ist und dieses Geltungsbedürfnis zu haben. Ich glaube, es gibt Menschen, die Geltungsbedürfnis haben, habe ich auch. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ich meine, zum Beispiel finde ich bei dir auch, dass du, nicht, dass du mobbst, aber dass das Geltungsbedürfnis natürlich da ist auf ein Stück weit. Jeder, der sich auf die Bühne stellt oder eben eine Kamera anstellt und sagt, hey, ich bin Creator, Creatorin, Influencerin, ich habe hier was zu sagen. Die haben natürlich irgendwo ein Geltungsbedürfnis und das hat irgendwie natürlich auch jeder Mensch ein Stück weit. Genau, und das ist halt auch nichts Schlimmes, aber ich glaube nicht, dass man aus einem Geltungsbedürfnis... Aber jeder Mensch mobbt ja auch nicht, ne? Nee, aber ich glaube auch nicht, dass jemand aus einem Geltungsbedürfnis heraus mobbt. Nö, das hat sie auch nicht gesagt. Ich glaube jemand... Nein, ich will nur sagen, ich glaube schon, dass immer eine Verletzung, ein Versäumnis von Liebeempfang... Ich glaube, dass jeder Mobber eine traurige Geschichte hat. Ich glaube nicht, dass jemand... Dann hat jeder Mensch eine traurige Geschichte. Und ich glaube, die Menschen gehen halt anders damit um. Ja, weil wenn du sagst so, ja, jeder Mobber hat eine traurige Geschichte, ja, dann kann... Du findest bei jedem Menschen irgendwo den Punkt, wo du sagen kannst, ah, deswegen macht er das vielleicht. Und ich glaube, das wollte sie einfach nur sagen. Das sind nicht immer die Gründe. Jeder von uns hat mal Abneigung erfahren. Jeder von uns war mal irgendwie der Coole... Nein, natürlich werden nicht alle da, die mal einen traurigen Moment oder einen schwersttraumatischen Moment sogar im Leben hatten, zu mobbern. Aber ich glaube, dass niemand zum Mobber wird, der es nicht hatte. Ich will... Doch. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Glaube ich schon aus dem Grund, und da bin ich dann doch jetzt von überzeugt, aus dem Grund, weil es eben doch auch Situationen gibt, dass es geht, weißt du, du hast... Ich glaube, deine Definition von Mobbing geht ein bisschen davon aus, dass man sich das Opfer bewusst aussucht. Oder weil man sagt so, boah, ich hatte eine traumatische Erfahrung, ich muss das jetzt an irgendwem auslassen, deswegen nehme ich den Schwachen oder was weiß ich was. Nee, nicht bewusst, aber unterbewusst. Dieses Bedürfnis, andere leiden zu sehen, hat man nicht, wenn... Wann bist du am Großzugessen? Aber es geht doch gar nicht darum, jemanden anders leiden zu sehen, beim Mobbing. Beim Mobbing schon. Nein, es geht darum, jemanden zu isolieren und... Ja, natürlich geht es darum, das ist der, das ist der, weil Mobbing ist das die, ist das eine der Konsequenzen, auf jeden Fall. Aber du hast doch nicht den Punkt, wo du sagst, ich habe jetzt das Ziel, diese Person zu isolieren. Du hast den Punkt, man selber will sich größer fühlen, man selber möchte sich stärker fühlen, man möchte sich mächtiger fühlen. Das Bedürfnis hat man nur, wenn es einem schlecht geht. Wenn man das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden, wenn man das Gefühl hat, der Einzige, die Einzige zu sein, die sich so fühlt. Ja, aber das haben auch Menschen, ja, also, die einfach nach ganz oben wollen und die müssen kein schlechtes Leben gehabt haben. Im Sinne von... Nein, aber die Menschen, die ganz nach oben wollen, die müssen ja nicht mobben. Also, ich sage nur, ich sage nicht, dass jeder, der was Schlechtes erfahren hat, Mobber wird, aber ich glaube, dass jeder, der mobbt, Schlechtes erfahren hat. Vorher. Ich glaube, kein Mensch, der glücklich und zufrieden ist, kommt auf die Idee, jemanden anderen auch nur annähernd, der macht sich überhaupt nicht Gedanken darüber, jemanden zu mobben. So was kommt da... Also, kann ich mir nicht vorstellen. Jemand, der nichts Schlechtes erfahren hat, wird nicht zum Mobber. Ja. Und ich... Gut, das ist okay, das lasse ich sogar gelten, aber ich kenne keinen Menschen, der nichts Schlechtes erfahren hat. Nee, absolut nicht. Es gibt ganz, ganz viele, die unfass... Verstehst du, dann ist es ja hinfällig, deine Definition. Weil dann kann ja jeder Mensch Mobber werden. Weil jeder Mensch mal... Das ist ja das, was ich meine. Natürlich kannst du sagen, ja gut, wenn jemand super happy, super peaceful irgendwie groß wird, wird aber keiner. Dann muss ich jetzt nochmal in die letzte Folge hören, denn ich habe es so verstanden. Dass sie meine Blase, vielleicht ist da eine falsche Blase geplatzt, die ich nicht gecheckt habe, aber ich habe das Gefühl, ich habe es zumindest so verstanden, dass die Aussage ist, dass Mobber nicht zwangsläufig etwas Schlimmes durchgemacht haben. Ja, selber zum Beispiel gemobbt oder häusliche Gewalt oder irgendwie sonst was erfahren haben. Genau. Ja, genau, dass das nicht passiert ist. Und das glaube ich auch. Klar, es gibt auch Menschen, die einfach sagen, boah, man lernt doch auch durch Verhalten von anderen. Ja, das ist ja auch ganz klar. Und deswegen war es ja auch so kontrovers und so viel diskutiert, dieser Teaser, wo wir gesagt haben, ja, die Kids lernen ja auch von den Lehrern. Und vielleicht entsteht da eine Situation und die Schülerinnen und Schüler steigen mit ein in ein morbendes Verhalten, wenn der Lehrer die Initialzündung ist, der vielleicht einfach nur mal, keine Ahnung, Schuss nicht gehört hat. Aber du wirst doch ein Unrechtsbedürfnis sein. Jeder Mensch, der in sich ruht, und das können auch schon Kinder und Jugendliche, jeder Mensch, der gut mit richtigen Werten erzogen ist, hat doch in dem Moment das Gefühl, hier stimmt was nicht. Meine beste Freundin wurde von einem Lehrer gemobbt und ich hatte keiner und auch wirklich niemand aus unserer Klasse ist damit eingestiegen, sondern wir hatten alle das Bedürfnis, sie zu beschützen. Ja, aber ihr habt natürlich auch einen, also, da muss man dazu sagen, eure Klasse war ja auch irgendwie ein sehr eigengeschworenes, eigenes Ding, wo es irgendwie, glaube ich, gar nicht um deine beste Freundin ging, die man beschützen will, sondern Anti-Lehrer generell, alles. So, sofern ich das einschätzen kann aus deiner Erzählung. Ich war nicht dabei, aber... Es war wirklich, weil sie von allen eigentlich gemocht wurde. Sie war, also, und er hat sie halt vorgeführt und fast zum Weinen gebracht. Ja, und das ist ja auch, ich finde das ja auch richtig, ich will das ja gar nicht verteidigen, aber ich glaube einfach, dass man, dass jemand auch denn jetzt quasi nicht vorher Mobbing oder irgendeine andere Form von Gewalt oder sonstigen Kram erlebt hat, ja. Ja, der kann doch... Beispiel, keine Ahnung, dein Vater ist Business-Typ, ja. Der leitet eine Firma und der leitet die halt auch jetzt nicht so New-Work-mäßig, wir alle haben unsere Shakti-Matte dabei und mittags um zwölf wird erstmal eine Runde Yoga gemacht, damit wir auch alle die Work-Life-Balance hinkriegen, sondern der macht so, hier wird durchgeackert und hier, wenn du das nicht hinkriegst, dann bleibst du länger und hier, was soll der Quatsch, so, ich sage, benutze das mal bewusst nicht, die ganzen Worte, die dann vielleicht dann auch noch fallen, ja. Ja. Und du bist der Sohn von ihm oder die Tochter und du merkst, okay, mein Vater hat das aufgebaut mit einer harten Hand, wie man so schön sagt, ne, eiserner Führung und sonst was, ja. Da muss man ja trotzdem die Leute nicht schlagen, nicht was weiß ich was machen oder sonst was, ne, logischerweise, ne, das wäre ja auch dann, ne, illegal. Aber trotzdem kann man einen großen Druck aufbauen und wenn man dann sieht so, ja, okay, cool, mit großem Druck und irgendwie me first, kommt man schnell weiter und wird man erfolgreich, ja, dann wird man das in der Schule auch machen und dann wird man den Druck halt auch irgendwo rauslassen, weil man halt einfach besser dastehen will. Dann geht es nicht um irgendein Opfer, sondern man nimmt jemanden, der schwach ist, um irgendwie sich vor anderen zu profilieren und das, so startet's. Und da hat niemand irgendwas Schlechtes erfahren in irgendeiner Form, sondern das ist einfach Lernen. Modell lernen, meinst du? Ja, Modell lernen, genau. Und das ist, glaube ich, gesagt, dass man nicht sagt so, oh ja, wir müssen aber auch Mitleid mit dem Mobber haben, weil vielleicht wurde er zu Hause geschlagen oder keine Ahnung, irgendwer ist früh gestorben und können mit den Emotionen nicht umgehen oder sonst was. Nicht davon, dass man mit Mobbern Mitleid haben soll. Ich sage nur, dass man Verständnis für die gefühlte Ausweglosigkeit und einen Blick darauf, wie es dazu kommen konnte, sich bewahren sollte. Aber das mag ja sein, aber ich glaube einfach, dass es, so wie du es jetzt auch formulierst, ist so, ja, so nach dem Motto, ja, such das Problem. Es wird einen Grund dafür geben, dass dieser Mensch jetzt mobbt. Genau, aber trotzdem ist es natürlich niemals ein akzeptables Verhalten. Das verstehe ich nicht. Ich sage nicht, dass eine schlechte Kindheit einen Arschloch legitimiert. Auf gar keinen Fall. Bin ich null der Meinung. Ich glaube nur, dass niemand zum Tyrannen wird. Als Arschloch geboren. Das ist schon klar. Natürlich. Aber dann kannst du ja, egal was passiert, immer sagen, ja, da müssen wir aber mal ganz genau hingucken, weil irgendwo finden wir bestimmt was, wo der Knacks herkommt. Ja, dann kannst du, ich meine, kommt der nicht von ungefähr, dass ich auch sage, ja, jeder sollte mal eine Therapie machen. Definitiv. Absolut. Ja, aber das ist ja kein umsetzbares System. Es ist halt toll, dass dieses Thema so zu Diskussionen anregt. Also ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Also noch nie auf eine Podcast-Folge, außer wenn wir über meine Erstörung gesprochen haben, hat bei mir so den Posteingang wirklich rappeln lassen. Und so viele haben auch von ihren eigenen Erfahrungen erzählt und die sind tatsächlich häufig deckungsgleich. In der Schule geht es los und man ist dann auch so von, man hat das Gefühl gehabt, man könnte sich davon isolieren, indem man die Situation wechselt, andere Schule und so weiter. Und bei ganz, ganz vielen war das halt leider nicht die Lösung, sondern dann ging es woanders weiter. Und was alle gesagt haben, dass sie, dass erst durch eine Therapie wieder losgeworden sind, diese Gedanken. Glaubst du, man macht sich selbst zum Opfer dann? Also nicht von vornherein so, aber so wie die Menschen, wie du sagst, die Menschen werden nicht als Mobber oder Arschlöcher geboren, werden sie ja mit Sicherheit auch nicht als Opfer geboren. Aber jeder geht mit Situationen anders um und die einen… Ich glaube schon, dass wenn du, also zumindest war es bei mir so, wenn ich in der Schule von den Klassenkameraden und aus der Stufe, es muss ja nicht die Klasse gewesen sein, und auf dem Schulhof die Sprüche und Kommentare abbekommen habe, hat sich das bei mir so eingebrannt, Und dass in jedem Verein, in jede Clique, in die ich gekommen bin, habe ich mich, es musste nicht um mich gehen, aber ich habe es auf mich bezogen und habe mich dadurch selber zum Opfer gemacht. Ich war es für die anderen vermutlich nicht, aber ich habe mich so gefühlt und habe mich selber, ich musste gar nicht mehr von den anderen isoliert werden, weil ich mich selber isoliert habe. Und das war für mich wirklich so ein sich durchziehendes Verhalten. Und jetzt, wo du Luft holst, möchte ich nochmal kurz reingrätschen, denn es gibt noch was, was mir so seit der Veröffentlichung der Folge auf der Seele liegt. Und zwar habe ich die Lehrenfrau immer wieder aus meiner For You und weil ich mich jetzt halt vorher mit dem Thema Mobbing beschäftigt habe, natürlich auch die dazu passenden Inhalte. Und ich habe unter einem Video, wo die Lehrenfrau zeigt, wie ihr uns seht, also wie Schüler, die Lehrer sehen, ist dann so die erste Perspektive, während ihr uns eure quasi Geschichte von zu Hause erzählt. Und dann halt so ein sehr professionelles Gesicht, ein aufgeschlossenes, ein mitfühlendes und dann so ist dann der Switch, wie es uns geht, nach dem Motto, wenn wir quasi alleine sind, wenn wir das verarbeiten müssen, wie schlecht es dann auch den Lehrern geht. Und darunter waren sehr viele Kommentare, die gesagt haben, hey, ich habe jetzt voller schlechte Gewissen, habe mich meiner Lehrerin anvertraut und dann ist so dieses, durch dieses Video scheint bei einigen so dieses Gefühl verstärkt worden zu sein, ich bin eine Zumutung, ich bin eine Last, jetzt auch noch für die Lehrer. Und da hat sie dann halt drunter kommentiert, hey Leute, das ist Teil unseres Jobs. Ja, ich hätte hier so mich auch gesagt, weil, ich meine, Kinder haben jede Hilfe und Schutz verdient. Die können sich nicht selber schützen. So, es sind im wahrsten Sinne noch Schutzbefohlene. Und Lehrerinnen und Lehrer haben wir nun mal in der letzten Folge mitbekommen und ja auch einige Nachrichten von euch bekommen, dass man in der Ausbildung, in dem Studium und im Referendariat jetzt nicht unbedingt auf solche Situationen geschult wird. Aber grundsätzlich sind es erwachsene und studiertes und geschultes Personal, die sich vielleicht nicht immer jeder Tragweite bewusst sind. Wir sind alles Menschen und lernen immer neu dazu, aber die auf jeden Fall die nötige Empathie und hoffentlich auch Weitsicht mitbringen, diese respektvoll mit euren Erfahrungen da draußen umzugehen. Und natürlich sind, ich sage immer, das Leben schreibt die wunderschönsten, aber auch grausamsten Geschichten. Und wenn dann so eine grausame Geschichte, so schlimm es ist, euch vielleicht passiert ist oder einem, ne, und dann ihr den Mut aufbringt, darüber zu sprechen, weil ihr was ändern wollt. Weil ihr nicht gefangen sein wollt in dieser, ich nenne es mal, in dieser Dunkelheit, ja, und in dieser Ausweglosigkeit, dann ist das euer gutes Recht, wenn das Angebot da besteht, hinzugehen und zu sprechen. Und es ist vollkommen okay, dass dann vielleicht Lehrer zu Hause auch mal darüber nachdenken oder auch schlucken müssen oder alles auch verarbeiten müssen. Aber da gibt es auch neue Anlaufstellen, wo das geht. Und da kommen wir später auch noch drauf zu, weil wir haben ja in der letzten Folge viel darüber gesprochen, über den Ist-Zustand und wie es wohl so ist, ist aber noch nicht so viel, was man tun kann und was man ändern kann. Und das soll jetzt noch kommen. Ja, und noch eine kurze Sache. Ich finde ja auch, bei allen Gesprächen, die eine schlimme Situation haben, gibt es ja auch immer die Chance auf Lösungen. Auf jedes Problem, was einem Vertrauenslehrer, ich sag mal, vorgetragen wird oder sich mit dem ausgetauscht wird, gibt es ja auch immer die Chance auf einen total schönen Moment, der so dieses Gleichgewicht bei den Lehrern auch. Ja, ich glaube, wichtig ist auf jeden Fall, dass du sagst, die Chance auf eine Lösung, weil ich glaube, manchmal ist das so einfach gesagt, da gibt es eine Lösung. Ich bin ja auch ein sehr, du weißt es ja selber, ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch und was dich auch oft zur Verzweiflung gebracht hat, weil man manchmal auch einfach nur eine Umarmung möchte. Und das habe ich auch in unserer Freundschaft gelernt, dass es nicht immer um die Lösung geht. Und da gibt es zum Beispiel eine coole Sache, wenn ihr mit der Geschichte euch jemandem anvertraut, könnt ihr diese Frage nicht stellen. Eigentlich muss das derjenige stellen, der gefragt wird, aber vielleicht seid ihr ja auch in der Position, Hilfe zu geben oder die starke Schulter mal zu sein. Und weil es ist ja mindestens genauso schön, wie die Hilfe zu bekommen, sie zu geben. Es ist ja zum Glück keine Einbahnstraße, beides nicht. Und was ich da sagen wollte ist, es gibt, man kann ja immer fragen und das, bin ich der festen Überzeugung, diese Frage rettet sehr viele Freundschaften, Beziehungen und alles. Möchtest du, ich kenne es noch auf Englisch, möchtest du, do you want the solution or do you want comfort? Also möchtest du eine Lösung oder möchtest du einfach nur in den Arm genommen werden? Möchtest du einfach nur ein offenes Ohr haben? Möchtest du einfach die Sache loswerden und dann ist es gut und dann sind wir beide vielleicht mal kurz sauer, traurig, angepisst, whatever. Die Situation eben ist, ja, und dann lässt man es erstmal beruhen, weil es geht einfach nur darum, es loszuwerden und loszulassen erstmal ein Stück weit. Oder möchtest du eben eine Lösung und sagst so, hey, hier bin ich, ich komme mit einem Problem quasi nicht weiter. Aber oft ist es ja nicht so einfach, gerade wenn es dann auch Geschichten sind, weil, wie Lana das halt auch gesagt hat, es ist nicht immer so, dass die Eltern unbedingt diejenigen sind, die dann auch noch, oder sagen wir anders, Es ist halt oft leider auch so, dass, wenn man dann nach Hause kommt, da weitere Probleme auf einen warten. Und nicht nur, ja, und nicht kurz zu Hause. Meine beste Freundin und ich machen das tatsächlich genauso. Weil manchmal, wenn wir uns anrufen, es ist... Ich sag das ja nicht einfach so. Nein, total, aber ich bin der Proof of Concept, weißt du? Und bei uns ist es so, wenn wir uns anrufen, lockere Gespräche beginnen mit, nur mal hören, ne? Und wenn es ernst wird und wir quasi richtig, richtig Druck ablassen müssen, dann geht es erstmal zur Sache und der Gegenpart, der da gerade nicht... Das, was du gerade sagst, ist ja fast schon Code-Words, Code-Wörter. Also, dass man sagt so, nur mal hören, dann weiß man schon so, ah, alles gut, Gott sei Dank. Ja, genau, alles entspannt. Und gibt es auch ein Code-Word für, wenn es abgeht, oder geht es einfach ab? Ja, nein, das ist einmal schweres Atmen und dann, okay, was ist los? Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit, dann wird alles stehen und liegen gelassen und dann wird das Telefon aber auch direkt, also dann weiß ich, wenn ich meine Earpods drin habe, rausnehmen, am Telefon hierhin und dann Krawall und Remi-Demi und danach, weil wir haben ja beide dann ordentlich was mitzuteilen und dann ist immer die erste Frage danach, okay, kurze Frage, rasten wir gemeinsam aus oder möchtest du meine Sicht auf die Dinge? Weil wir sehr, sehr oft unterschiedliche Sichten, wie wir, wie wir, das ist sehr, bei uns ist es ja auch so. Und dann kommt dann meist so dieses, okay, ausrasten, weil dann hat man jemanden, der mithasst, der mitwütend ist. Was manchmal auch wichtig ist einfach, dass man das geführt hat, nicht alleine zu sein. Ja, das Lustige ist dann, dann ist sie manchmal wütender als ich oder sie ist wütender als ich und ich versuche sie dann runterzuholen und dann ist es auch schon umgekehrte Psychologie voll. So, dann nehme ich so die andere Person in den Schutz und sage, ja, aber so ist es vielleicht auch nicht gemeint gewesen. Und dann pendelt sich das ganz gut runter. Ja, so reflektierst du ja einfach supergeil die Situation. Ja, aber das ist halt so bei uns dieses, okay, okay, was möchtest du gerade von mir, was brauchst du? Ja, und das ist, tatsächlich kann ich dir da voll zustimmen, dass das ungemein hilft, wenn man erstmal fragt, ob die Hilfe gewünscht ist oder ob man gerade einfach nur ein bisschen Krawal und Remi, Demi. Ja, oder einfach mal anfangen möchte darüber zu sprechen und nicht direkt schon die ganze Lebensgeschichte und die ganze Leidensgeschichte dann vielleicht auch zu teilen. Weil, wie du es eben sagtest, manchmal, man reflektiert ja immer beim Reden auch nochmal. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich jemandem anvertrauen kann, dass man darüber sprechen kann. Vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, hundertmal, na hundert vielleicht nicht, aber zehnmal über die gleiche Situation noch, damit man das einfach, dass sich das setzt, dass man sich selber hört und merkt, meine ich das wirklich so oder habe ich das vielleicht auch falsch aufgefasst, dann kriege ich vielleicht eine gute Frage gestellt. Das ist ja oftmal besser als eine Antwort, eine gut gestellte Frage. Und vor allem, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr sagt, hey, ich kann das aussprechen, schreibt es auf. Schreib-Therapie ist das non plus ultra, wenn man sich noch nicht bereit fühlt, sich jemandem anders zu öffnen. Schreibt es auf, denn in dem Moment, wo man es zu Papier bringt, ist es halt so, dass der Kopf gezwungen ist, die Gedanken runterzubrechen und beim Schreiben ist das unglaublich entlastend. Und dann am nächsten Tag nochmal lesen und nochmal drüber schauen, was das mit den Emotionen macht. Am besten in einer Situation. Gilt übrigens auch für Nachrichten und so. Dadurch, dass jetzt natürlich alles WhatsApp-Instant-Messenger-mäßig losgeballert wird, ist es natürlich schwierig, da ab und zu mal drauf zu reagieren. Aber wie man früher so schön gesagt hat, bevor du den Brief abschickst, ja, lass ihn nochmal eine Nacht liegen. Man wäre dann ja auch nicht nachts noch zum Postding gegangen und wäre jetzt eingeschmissen. So ist es vielleicht gut, manchmal auch vielleicht manche Nachrichten einfach in die Notizen-App zu schreiben und sich vielleicht am nächsten Tag, wenn man mal drüber geschlafen hat, eine Nacht loszuschicken. Oder vielleicht zu merken, vielleicht lasse ich es doch nochmal liegen. Vielleicht ist ein Anruf doch besser, weil manchmal sind ja auch einfach Nachrichten. Also wie viele Freundschaften oder gefühlte Freundschaften schon aufgrund von schlechter Kommunikation zerbrochen sind, ohne Quatsch. Ja, ja, total. Da habe ich eben gerade auch schon dran gedacht, als du gesagt hast, Schreibtherapie. Da muss man aber echt gut aufpassen, dass das irgendwie im Tagebuch verschlossen irgendwo ist. Weil klar, wenn man natürlich seine schwächste Seite zeigt und die Leute halt Lust haben und du ausgewählt bist, weil du quasi schwach bist oder schwach wirkst, ist ja immer nur ein Wirken. Ich glaube, nur weil man emotional ist, ist man eigentlich stärker. Es gibt nur Lebensphasen und Lebensbereiche, wo diese Stärke leider nicht zum Tragen kommt. Das ist ein bisschen wie unser Lieblingsbeispiel Fische, die auf Bäume klettern. Wenn du ein Fisch bist, solltest du vielleicht nicht klettern. Wenn du sehr emotional bist, dann such dir das Umfeld, in dem deine Stärken gesehen werden, du gefördert wirst. Ja, wie die Pflanze. Ja, such dir den wertvollen Nährboden, wo du dich entfalten kannst, wo du blühen kannst. Ja, und nicht, wo du zertrampelt wirst und irgendwie... Also ich sage mal so, als Pflanze solltest du nicht auf dem Footballfeld oder Fußballfeld wachsen. Da wirst du zertrampelt, ja. Da wird nämlich mit Ellbogen und Stollen gespielt und da wird nur höher, schneller, weiter, stärker und der Schwächste verliert. Jetzt kommt eine fantastische Überleitung, das ist mein Moment des Tages. Es ist ja wirklich so, du sagst es gerade so schön, sprießen, erblühen. Und in dieser Zeit, in der so viele Menschen so sehr im Limit sind, in der Mobbing so ein zentrales Thema in den Schulen ist, sprießen und erblühen ja auch die Präventionsprojekte. Ding, 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 ding. Und da können wir ja auch mal ganz stolz sagen, dass unser Podcastpartner, die SBK, wenn ihr mal auf die Homepage schaut, das ist bestimmt in den Shownotes, es gibt ganz, ganz wertvolle Präventionsprogramme, die ihr an eure Schulen holen könnt. Also schnappt euch einen Lehrer, schaut euch das an. Also ihr könnt natürlich uns holen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Aber es gibt auch zwei weitere Projekte, die wir uns angeschaut haben, die auch halt unfassbar großartige Sachen machen an den Schulen. Und so wie ich das sehe, also das Feedback bei den Instagram-Seiten ist halt auch, dass es wirklich nachhaltig wirkt. Und das ist halt großartig. Zum einen das Präventionsprogramm von Tom Lehel. Wir wollen Mobbing frei. Das geht vor allem, richtet sich an Grundschulen und ist wirklich ein super Ding. Also ihr kennt den Tom auch von Kika zum Beispiel. Ja. Ist auf jeden Fall ein super Typ. Wir hoffen auch, ihn mal zu treffen und mit ihm sprechen zu können. Oh ja. Also es ist, ihr könnt da auf jeden Fall auf, egal, ihr findet alle die Kontaktdaten, alle in den Shownotes. Dann brauchen wir da hier nicht unsere Zeit quasi mit irgendwelchen Vorlesen von E-Mail-Adressen und Websites machen. Aber wir wollen mobbingfrei.de. Und dass ihr es einmal gehört habt, da findet ihr alle Informationen. Weil das Wichtigste ist ja beim Mobbing vor allem, dass man früh aus der Situation rausgeholt wird. Das hat Lana auch erzählt, dass oft irgendwie ein Klassenwechsel oder vielleicht sogar Schulwechsel nicht zu lange herausgezögert werden sollte. Weil es einfach wichtig ist, dass man aus dem Umfeld genommen wird. Oder eben, dass schnell und professionell entgegengewirkt wird. Und da wirklich alle mit an die Hand genommen werden. Und da setzt dieses Programm an. Genau. Es geht halt um ein gelungenes und respektvolles Miteinander. Und das meinte ich auch, wenn man zum Beispiel mit Schüler-Lehrer-Gespräche, da geht es ja gar nicht darum Lehrer-Schüler, sondern einen respektvollen Umgang als Menschen miteinander. Wir verbringen Zeit miteinander. Wir lernen voneinander. Aber voneinander. Und das, finde ich, ist oft das Problem, gerade in Schule, dass man noch irgendwie im Kopf hat dieses Gefühl, von da vorne steht jemand, der vermittelt mir Wissen. Und dann ist Jutt. Ja? Und dann muss ich irgendwelche Sachen vortragen, die ich mir da reingekloppt habe. So, ne? Aber wir sehen das ja auch selbst, zum Beispiel, wenn wir in die Schulen fahren. Wir lieben die Gespräche danach mit euch. Und das ist ja auch, wir könnten eure Lehrer oder Lehrerinnen sein. Und wir haben es beide auch studiert. Nur kein Mathe. Aber wir haben den Absprung geschafft. Aber das wäre ja zum Beispiel auch, da ist ja auch kein Problem. Nee. Und man muss doch irgendwie in der Lage sein, seinen Job kurz auch mal an die Seite zu stellen und zu sagen, hey, hier, ich bin Mensch. Mensch. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man diese, oder ob jetzt, egal, Job-Hierarchie in irgendeiner Firma oder sonst was. Und dann gibt es natürlich noch Clemens Beisel, der immer wieder als Experte für die SBK zum Einsatz kommt. Zum Beispiel auch ein aktueller Artikel, den wir unten zum Cybermobbing, da ist er nämlich Experte und hat auch den digitalen Elternabend für den richtigen Umgang mit digitalen Medien, quasi in der Schule und auch zu Hause. Das ist ja auch super wichtig. Das haben wir immer wieder angerissen. Es wäre eigentlich auch spannend, mit ihm mal darüber zu sprechen. Es gibt so, so viel und wir haben noch so viel mehr vor, denn wir hatten euch versprochen, ein bisschen euch auch noch mitzunehmen, was demnächst jetzt bei uns los ist. Und das Größte ist natürlich, dass mein Album kommen und Janas Buch. Und da wollten wir erzählen, warum wir jetzt schon so früh aufnehmen. Das ist doch eine schöne Klammer. Jetzt am Ende noch mal kurz, wie nennst du es immer so schön? Live-Update oder so? Ein Live-Update, genau. Also soll ich anfangen mit meinem Live-Update? Ladies first. Also ich düse am Sonntag in eine große deutsche Stadt, da es ein internationales Shooting wird, wo ich als Model gebucht bin. Oh yeah. Darf ich nicht, ja, ich darf nicht sagen wo und ich darf nicht sagen was, aber freue ich mich sehr drauf. Vor allem, ich habe geguckt in der Nähe des Hotels, es gibt eine Vietnamesen mit Tofu-Rollen mit Sesam. Mehr geht nicht. Jetzt hatte ich kurz Schiss, dass das rauszufinden ist, aber das ist nun wirklich nicht rauszufinden. Nee, aber also da freue ich mich sehr drauf, fußläufig zu erreichen. Super geil. Und danach geht es für mich weiter nach Berlin. Dort habe ich mit dir zusammen einen TV-Dreh für einen der größten deutschen TV-Sender. Danach geht es weiter, dass ich noch ein bisschen in Berlin bleibe. Alles im Zuge unseres Releases, ne? Genau. Dein Buch kommt ja am 3.4. 3.4. Genau, ich sage immer 4.4.3. 3.4. Das wäre schon vorbei. Dann wird es heute rauskommen. Heute ist der 4.3. Ja. Also heute nicht, sondern als wir es aufgenommen haben. Ja. Ach, es ist alles so verwirrend, Leute. Aber ich muss dazu sagen, es ist wirklich so. Für uns ist es gerade eine neue Situation, weil nach all der Zeit geht es wieder richtig los. Wir haben super viele Termine. Ihr werdet uns auch live sehen können. Dazu ganz bald mehr. Also bleibt dran. Meine zweite Single ist jetzt draußen gigant. Ich hoffe, sie ist schon in euren Playlisten. Ihr habt sie rauf und runter gestreamt. Und genau, bleibt dran. Wir haben ein bisschen was auch hier mit euch vor. Dazu ganz bald mehr. Und ansonsten bleibt gesund. Passt auf euch auf. Wenn jemand ungerecht zu jemandem ist, steht auf und sagt was, dass die Person das Gefühl hat, nicht alleine zu sein. Wenn ihr die Person seid, die ungerecht behandelt wird, sprecht darüber. Holt euch Hilfe. Es gibt verschiedenste Angebote auch noch hier in den Shownotes, wie zum Beispiel die Nummer gegen Kummer oder U-Port. Checkt das dann auf jeden Fall mal aus. Oder, wie gesagt, habt keine Scheu. Geht zu euren Beratungslehrern, Beratungslehrerinnen, Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerinnen oder zur Vertrauensperson in eurer Firma. Sprecht darüber. Holt euch Hilfe. Es gibt wirklich auch in größeren Firmen inzwischen die Möglichkeit, auch psychologische Erstgespräche relativ schnell zu bekommen. Macht euch da mal schlau. Und ohne lange Wartezeiten, um zumindest schon mal akut die erste Gesprächshilfe zu bekommen, ein paar Termine. Deswegen, seid es euch wert. Lasst euch helfen. Für Leid muss sich niemand schämen. Und wenn es euch gut geht, ist das auch vollkommen in Ordnung. Mega schön. Freut euch drauf. Gemeinsam leiden ist kein schönes Hobby. Jetzt haben wir hier nochmal ein paar wunderschöne Postkartensprüche rausgehauen. Aber die sind wahr. Und deswegen, ihr müsst euch auch nicht verstecken für eure gute Laune, wenn ihr glücklich seid, wenn es euch gut geht. Wirklich. Da freuen wir uns alle mit. In diesem Sinne, nur das Allerallerbeste von uns und bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Tschüss.